bildergeschichten von wilhelm busch der bauer und das kalb ein bauer der kein geld mehr hat der brächte gern sein kalb zur stadt doch schau wie dieses tier sich sträubt und widerspenstig stehen bleibt der liebenswürdige bauersmann bietet umsonst ihm kräuter an vergebens druckt er es und schiebt das kalb bleibt stehen wie's ihm beliebt und ganz vergeblich ebenfalls sucht er es vorzuziehen am hals jetzt schau wie er's mit dieseln sticht das kalb schreibt bäh doch geht es nicht er nimmt das kalb bei schweif und ohr doch bleibt es störrisch wie zuvor mit drohen und belehren sucht er es zu bekehren doch schon im nächsten augenblick möchte es durchaus zum stall zurück da denkt er es mit schlägen zum gehen zu bewegen allein trotz allem schlagen muss er das kalb noch tragen weil das ihm aber lästig ist besinnt er sich auf eine list er hängt die glocke um schreit muh da glaubt das kalb er sei die kuh die bilder zu den geschichten gibt es bei gutenberg punkt spiegel punkt de herr